Heute geht's richtig, richtig rund. Giveaway-Zeit. Nicht nur heute, sondern auch für den ganzen Advent. Plus Black-Friday-Deals. Falls ihr Bock habt, günstig Sachen abzugreifen und Sachen umsonst von uns geschenkt zu kriegen, rein ins Video. Heute geht's krass um Technik. Der Case King hat sich gesagt, pass auf, der Geekfreaks-Typ, wir hauen Black-Friday-Deals raus. Und falls du auch was haben willst, für deine Zuschauer, dann kannst du ein paar Geschenke raushauen. Und das machen wir auch. Danke schön erstmal an Case King dafür. Jetzt geht's ran. Butter bei der Fische, was hauen wir raus? Ich habe hier drei Sachen, die ich schon mal zum Advent rausfolge. Und die Modell-O von Glorious. Wer eine geile Gaming-Maus haben will, kann sich das Ding erstens von uns schenken lassen, wenn er Glück hat. Weiß, wunderschön, 55 Gramm schwer, Super Gaming, mega RGB, tolle Maus. Nur noch 30 Euro. Könnt ihr euch ziehen. Black-Friday-Deal. 30 Euro dafür ist geschenkt. Denkt das Ganze nochmal in der Special Edition, die goldene, Wireless mit G-Pads. Super geil, Golden, Limited, Golden Panda. Akku hält lange. Könnt ihr euch auch gönnolieren. Also erstmal für die Gönnung. Zusätzlich habe ich einfach gedacht, hey Tastaturvideos kommen an, heute geht's drum. GMMK 2. Die Leute, die immer gemodzt haben, hey Custom-Tastaturen, die sind immer nur so klein. Und ich brauche einen Num-Pad, das geht doch nicht. Jep, hier ist ein Num-Pad für euch. Komplett schön schwarz-red-Switches verbaut. Ist alles dabei. Kriegt ihr so wie es ist. Hier die letzten zwei Tasten, die mir rausgefallen sind. Voll mechanische Tastatur. Full-Size. Alle Tasten drauf. Mit Red-Switches. Könnt sie konfigurieren, wie ihr wollt. Von Glorious. Die haue ich einfach mal mit oben drauf. Ob es dazu einen Deal gibt zum Black Friday. Das müsst ihr selber rausfinden. Da findet ihr das raus. Ganz einfach. Im Newsletter. Unten in der Videobeschreibung. Geekfreaks Newsletter für Case King. Da sind alle Angebote mit drin und werden reingelistet. Plus Black Friday Deals. Gleich mal ein Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch durchsuchten. Kurz vom Weihnachtsgeschäft sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Und hier, gleich mal hin. Das wird alles weggegeben. Das hier wird nicht weggegeben. 135 Euro. Also Alpenfön. Die große Bauer-Edition mit Conductonaut. Super toll. Mega. Wofür? Einen Server. Ich muss einen Server neu bauen, weil mein Haupt-PC war kaputt. 360er Raddi. Die Lüfter sind dabei. Voll RGB. Das ist ein Brett. Der geht auf jeden Sockel. 1700. 1200. 2000. AM4. TR4. STRX4. WR80. Alles dabei. Kannst auf jedes Ding montieren. Ist fast schon viel zu schade. Und viel zu krass mit RGB-Steuerung. Fast zu schade für einen Server. Aber genau das brauche ich. Denn die haben gefragt von Case King hier so. Hey Geekfreaks, was könntest du denn brauchen für Black Friday Deals und so weiter. Was könnten wir dir ein bisschen geben, was für unser Angebot ist. Und er hat gesagt, ich brauche nur eine Sache. Ich muss meinen neuen Server herrichten. Warte, habt ihr. Und ich durfte mal draus suchen. Mein liebstes, traumhaftestes, bestes, hübschestes Gehäuse, das ich jemals gesehen habe. Dieses hier. Leon Li O11 Dynamic Evo. Grau Anthrazit. Wunderschön. I.O. Perfekt. Vorne zwei USB, ein USB-C. Hinten separierte Kammern. Das heißt, erstmal Kabelmanagementblatt hier drüben. Kannst du verstecken, siehst du nicht. Zweitens, hast du hier genug Platz für alle Komponenten, die du reinknüppeln musst. Kannst vorne noch deine schöne RGB, Watercool, Grafikkarte und Power und alles RGB zeigen. Klar, braucht man für einen Server, kennt jeder. Techno hat es unter sich. Aber, dann hast du hier mit diesem Zwei-Kammern-System, wo das Netzteil hochkant reinkommt, auch noch das Geile, dass du alles abmontieren kannst. Schaut mal, ich kann es einfach abnehmen. Das heißt, ich komme an jede Hardware, an jeden Port, an alles so schön ran. Und es ist dezent mit dem Anthrazit. Es sieht so sexy aus. Und das Beste ist jetzt auch im Angebot für den Black Friday Deals. 22% auf nur 150 Taken. Das ist geschenkt. Hinterhergeschmissen. Geil. Wenn ihr Bock habt, schaut rein Black Friday Deals. Newsletter in der Videobeschreibung. Und unser Geekfreak Deals-Link in der Videobeschreibung. Warum? Weil Black Friday Angebote immer völlig unübersichtlich sind. Und wenn da was reinkommt, kann man es wenigstens gleich abgreifen. Newsletter lesen. Vielleicht sehen wir uns bei der Schnäppchenjagd. Weihnachten steht bald vor der Tür. Und ich brauche dafür Sachen und ihr wahrscheinlich auch. Nicht nur für mich. Nee, nee, nee. Man hat ja Frau, Kinder, Familie. Die brauchen auch mal ein bisschen Technik-Sachen. Wozu sind wir alle Techniker, wenn wir nichts verschenken? Hashtag Gottes tun. Diese drei Sachen hier schon mal merken. Erster Advent. Zweiter Advent. Dritter Advent. Und was beim vierten brennt und zu Weihnachten rausgeht, das erfahrt ihr alles wie immer im Livestream, 22 Uhr, jeden Freitag. Wir hauen als Giveaway natürlich eines dieser Produkte im Livestream den Freitag vor dem nächsten Adventsviertag raus. Viel Spaß. Kommt rein und dann erfahrt ihr, wie ihr das hier gewinnen könnt. Oder ihr sagt, hey, pass auf, die 30 Tage, ich hol's mir selber, weil super Angebote. Alle anderen Angebote seht ihr in der Videobeschreibung in unseren Links. Wichtig noch dazu, schaut auf The Case King einfach so vorbei, denn es gibt was Geiles, und zwar Streamplify. Was ist ein Streamplify? Ein Streaming-Setup ist teuer. Ich habe viele Videos über Streaming-Setups gemacht, im Moment. Und das Ding ist, wenn ihr das alles von Elgato oder von allen Einzelnen zusammenkauft, kommt ihr auf einen scheiß hohen Preis. Streamplify hat da ein Starter-Kit und ein Pro-Kit. Und die sind super günstig, ohne Witz. Ihr kriegt das Grund-Kit von Streamplify zum Streamen für 88 Euro. Black Friday die halt, 35% off. Ihr kriegt die Pro-Variante davon für nur 150 Euro. So viel kostet hier ein Audio-Interface. Und dann kriegst du noch nicht mal ein Mikrofon dazu oder irgendwas. Reinschauen, zack, Link in der Videobeschreibung. Streamplify, sehr geil für Anfänger und Leute, die einfach so casual streamen oder eben Homeoffice haben und Meetings haben sich lohnen. Deswegen erwähne ich's extra nochmal, weil die meisten Leute werden davon noch nie etwas gehört haben. Und wir können uns wiedersehen, sogar auf einem Zweitkanal. Also schaut mal, in der Videobeschreibung unten ist der Zweitkanal verlinkt, wo wir auch Meme-Reviews und Blödsinn machen. Falls ihr darauf Bock habt, ausklingen, Action mit Blödsinn und Technik. Schaut mal rüber, The Freak Geeks Kanal. Ich hab das so cringe wie möglich gestaltet. Und dann könnt ihr ja gleich raus aus diesem Video rein. Entweder auf den Zweitkanal oder auf das nächste Video. Haut rein. Viel Spaß beim Schnäppchenjagen. comfort sobaldium. Schaut insider aus Anfänger.